Hier sind wir in der Halle, super schön, hier sehen Sie die Rezeption. Hier ist der Lilla Grausti, super schön, modern gemacht, gefällt uns sehr gut. Hallo Matthias, vom Erster Eindruck, wie gefällt dir das Lilla Grausti? Das Hotel gefällt mir unheimlich gut, es ist total modern und schick, ja und den Rest werden wir euch dann gleich zeigen.